Ah, sehr gut. Ist doch gut, dass wir Single, aber wir könnten es auch Multi, ach, passt doch, oder? Das ist wie Tetris, man sieht, was als nächstes kommt. Da kann man sich schon mal auf Weiteres präsentieren, wobei die Demonstration wird aus, wenn ich den Safe jetzt nicht da habe. Aber worum es hier erstmal generell ging, ist natürlich das Thema, elektronische Schließsysteme haben alle auch eine mechanische Komponente, in der Regel eine schlechte. Also wer die ganze Sache verfolgt hat mit elektronischen Schlössern, wir haben da gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen im kleinen Kreis, sehr viele elektronische Schlösser, die auf den Markt gekommen sind, hatten erstmal auch mechanische oder elektromechanische Defekte. Das liegt einfach daran, dass die Leute sich entweder vollständig auf die Elektronik konzentrieren, weil das ist das tolle Neue, was sie machen wollen. Hat aber auch einfach damit zu tun, dass die Dinger von der Batterie betrieben werden müssen, also sind keine starken Motoren in der Regel drin. Sie soll sich gering abnutzen, soll lange leben. Sehr häufig sind eben irgendwelche Magnete, die was ziehen, was drücken. Ich habe immer nur einen Bildschirm. Ich habe es jetzt nicht als Dual Head gesetabt, das ist der Effekt. Ich sehe hier das Gleiche in nur kleiner. Sonst hätte ich das schon gemacht. Aber wirkt, es sind jetzt eh nur fünf Folien, dafür ist das nicht schlimm. Das ist eben das Problem, dass die eben alle relativ energieeffizient, klein, kostenoptimiert, wie auch immer, sein sollen. Das schönste Beispiel sehen wir eben hier auf der nächsten Folie. Diesen tollen Tresor, den ich eben jetzt leider nicht dabei habe. Man kann aber aus der Bewegung schon erahnen, was da passiert. Man haut auf den Tresor drauf, dreht zeitgleich am Rad, im wahrsten Sinne des Wortes, und der Tür geht auf. Das ist eher so ein 30, 40 Euro Tresor, aber dennoch, man sieht, den hat elektronisches Keypad. In vielen Hotels sind ähnliche Tresore drin. Soll auch schon erfolgreich ausprobiert worden sein. Und da, wenn man eben reinschaut, sieht man das genauso typisch. Kann ich die Maus hier benutzen? Sehr gut. Das ist, was ich meinte. Das ist eben ein solcher Magnet, der etwas zieht. Und der ist auch noch sehr schwach. Das heißt, hier ist eine sehr schwache Feder. Und die hält diesen Stift hier oben. Und der blockiert hier die Verriegelung. Das heißt, wenn ich von oben drauf haue, geht der Stift gegen die Feder rein. Wenn ich zeitgleich drehe, geht das auf. Wir haben das gesehen und haben uns gedacht, ja, wenn man das genau vom Timing her hinkriegt, dann ist es vielleicht möglich, das aufzumachen. Die Wahrheit ist, ein kurzer Schlag, einmal drehen, im zweiten Versuch hat das geklappt. Und das ist also für jeden innerhalb von Sekunden zu erlernen, ein paar Versuche, dann ist das offen. Weil es einfach so schwach gefedert ist, um Batterie zu sparen, dass das, ja, sehr einfach ist. Aber über Tresore wollten wir nicht sprechen. Wir kommen zu Smart Locks. Oder eben erst mit elektronischen Schlössern. Das ist dieses Schloss, was ich euch gerade gezeigt habe, von Master Lock. Das ist eigentlich, soweit es erstmal ganz schick, hat vier Tasten, eine fünfte Taste für irgendwelche Sonderfunktionen, hat eine Batterie, hat die clevere Methode, man kann den Batterieschacht im geschlossenen Zustand nicht ganz rausziehen, aber ein bisschen, um es von außen notzubestromen, indem man eine Batterie hochkant reinhängt. Also soweit erstmal mitgedacht, würde man sagen. Und wirkt als Schloss soweit erstmal nicht schlecht. Haben wir es natürlich zerlegt. Das erste, was man macht, wenn man so ein Schloss in die Finger kriegt. War hier leider nicht zerstörungsfrei möglich. Sprich, man muss hier hinten drei Nieten aufbohren, dann geht die Platte ab und man kann es sich anschauen. Die spannenden Elemente sind einmal der elektromechanische Teil. Er besteht aus diesem Motor hier. An dem vorne, das, glaube ich, sieht man auch nicht besser in anderen Folien, ein kleines Rädchen dran ist, das interagiert mit einem weiteren Rädchen, in das dann dieses Teil hier von oben hineinfahren kann, wenn ein Schlitz an der richtigen Stelle ist. Also ich kann mir das nicht ungefähr vorstellen. Jedenfalls, das ist jetzt nicht durch Wegziehen oder Drücken, sondern durch Drehen von einem Motor verriegelt. Das ist schon mal eine Stufe besser. Und wenn dieses Teil, was man hier sieht, dann nach unten rutscht, können Kugeln von hier nach innen laufen, der Bügel geht raus. Das ist der elektromechanische Teil. Der elektronische Teil ist diese Platine hier unten. Da kann man schon erkennen, hier ist die Batterie. Das heißt, hier nach unten ist der Batterieslot dann orientiert, den man hier auch so sieht, eine Plastikschublade. Und ja, eigentlich relativ logisch, einfach im Prinzip ein Microcontroller-Board, an dem der Motor angeschlossen ist. Wenn man das genauer anschaut, sieht man, das ist ein MSP430-Prozessor. Das ist ein Standard-Low-Energy-Prozessor von Texas Instruments. Wer kennt den? Wenige. Ich kannte ihn nicht. Wobei doch, ich hatte ihn schon mal bei uns im Club gesehen, im Rahmen von einem kleinen Roboter-Projekt, aber habe mich nie mit beschäftigt. Aber ist im Prinzip nichts Kompliziertes. Man bekommt bei Texas Instruments für inzwischen neun Dollar Dev-Boards geschickt. Ich habe auch ein paar davon dabei. Also das ist relativ einfach zugängliche Technologie. Und das Schöne war, der ist nicht re-protected. Das heißt also, wenn man an die Kontakte drankommt und seinen Flash-Adapter damit verbindet, konnte man ihn einfach auslesen. Und was wir da auch schon geahnt haben, ist, wenn man auf die Folie zurückschaut, die Flash-Kontakte sind das hier. Die befinden sich direkt neben dieser Batterie. Da ist jetzt auch nichts irgendwie dazwischen. Das heißt, wenn dieser Batterieslot offen ist, was im offenen Zustand des Schlosses möglich ist, kommt man dadurch rein an die Batteriekontakte. Hieße, wenn ich ein Schloss offen habe, kann ich da potenziell auch dran, ohne es zerlegen zu müssen. Das andere ist, was uns ein bisschen bedenklich vorkam, der Motor ist hier drüben. An den kommt man auch dran. Eventuell kann man einfach direkt Strom auf den Motor geben. Haben wir nicht weiter verfolgt, wegen anderen Sachen, die gleich kommen. Aber wäre wohl möglich, um es zu öffnen. Ja, genau. Hier ist es nochmal. Schön. Ja, genau. Da hatten wir hier die elektronischen Varianten. Hier sehen wir die Platinen nochmal. Also hier sind die Flash-Kontakte. Das ist relativ praktisch. Also nachdem ich gesehen habe, ich kann das auslesen, ich kann das umprogrammieren ohne jeden Schutz, habe ich da doch mal versucht, ich würde gerne durch diesen Batterieslot dran und habe festgestellt, ich kann diese Plastikschublade mit dem Schraubenzieher da auch rausbringen, wenn das Schloss offen ist. Äh, geschlossen ist. Weil es ist eben Plastik, der Rest ist Metall, das ist nur eine ganz kleine Nase, die das verhindert im geschlossenen Zustand. Also mit dem Schraubenzieher kriegt man das raus. Damit war natürlich der Ehrgeiz geweckt, ich will dann die Flash-Kontakte dran, auch ohne, dass das Schloss offen ist. Man sieht auf der nächsten Folie schon, ich habe den Laser-Cutter zu Hilfe genommen und habe mir diese schöne Form ausgeschnitten. Wenn ich in diese schöne Form ein paar Löcher hineinbohre, bekomme ich dieses schöne Gerät. Das hat hier die vier für MSP430 notwendigen Flash-Kontakte, das ist Ground und Spannung und zwei Datenleitungen, ich glaube Clock und Data einfach. Und hier unten eine schöne Aussparung, die genau auf einen der Pfosten in dem Schloss-Design passt. Das heißt, wenn man das Ding durch den Batterieslot hineinführt, wie man es hier sieht, dann rastet es sehr schön ein, man kann es mit dem Dev-Board verbinden und kann anfangen, das Schloss auszulesen. Gut, damit wäre das Schloss schon offen, weil ich kann einfach eine neue Firmware hineinladen, die auf Tastendruck Open macht von dem Motor. Also das wäre da relativ langweilig. Von daher habe ich erst mal gedacht, schaue ich mal die Software an, die drin ist. Wenn man die halt rausdammt, wie gesagt, nicht reprotektet, bekommt man ein schönes MSP430-Hacks raus. Wir haben das mal disassembliert, danke an, ich glaube, war gar nicht, möchte ich jetzt nicht nennen. Jedenfalls habe ich mir geholfen, mit IDA Pro zu disassemblieren, kenne ich mich nicht mit aus. Das ist Windows-Software. Haben ein bisschen Funktionen gesucht. Diese Funktionen haben wir einfach dadurch identifiziert, dass wir wissen, an welchen Pins vor dem Controller der Motor hängt. Das kann man sich quasi an der Platine einfach reverse-engineeren, sowas. Und dann kann man nach Datenblatt gucken, da muss an dieser Adresse geschrieben werden, dann suche ich im Code und habe tatsächlich relativ schnell die Stelle gefunden, die das hier macht. Wir hatten dann die Hoffnung, wenn wir jetzt die Stellen im Code suchen, die diese Funktion aufrufen, kann man eventuell feststellen, ob sich irgendwelche Backdoors in der Firmware befinden. War aber noch relativ unübersichtlich, diesen Fahrt haben wir nicht weiter verfolgt. Ich kann also nicht sagen, ob sich Backdoors in der Firmware befinden, ist für uns im Moment eben auch relativ irrelevant wegen anderen Dingen. Das Erste davon ist, es ist eine Backdoor bereits im Prinzip des Schlosses drin und das liegt am User-Flash, der da drin ist. Das ist so ein Bereich, der gedacht ist, um Benutzerdaten zu speichern. Da werden also die Codes gespeichert, die man als Nutzer in dem Schloss vergeben kann. Man kann vier Codes eingeben. Das liegt einfach daran, dass die Codes über die Richtungstasten angesprochen werden. Wenn man sie wieder löschen möchte, da sind vier sinnvoll. Das sind hier bei 10, 20, 30 und 40. Man sieht, es ist ein Code hier bei 40 eingespeichert und diese Bytes hier sind einfach der Zustand des Inputregisters, also die Bits, wie dem Inputregister gedrückt sind, wenn die Taste gedrückt wird. Dass hier immer nur ein Bit gesetzt ist, zeigt, dass immer nur eine Taste gleichzeitig gedrückt ist. Das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie oben, unten, 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 links oder sowas. Ich kenne die Zuordnung der Bits jetzt gerade nicht auswendig. Den Original-Master-Code, den das Schloss hat, und das ist eine Funktion, die hat Masterlog da eingebaut. Es hat einen Code, den man nicht ändern kann. Der ist fest. Das ist, glaube ich, aus der Erfahrung mit einem mechanischen Schloss, das sie vorher hatten, wo man sich sehr leicht aussperren konnte. Ich denke, sie hatten sehr viele Reklamationen von Leuten, die den Code verändert haben und nicht mehr reinkamen. Da haben sie hier jetzt einen sehr langen Code eingebaut, den man sich über die Webseite Masterlog immer wieder runterladen kann, wenn man die Originalverpackung noch hat. Dieser Code ist auch hier gespeichert. Man gibt ihn ein, indem man die mittlere Taste und eine Richtungstaste zeitgleich drückt und dann einen Code eingibt. Und jetzt sehen wir hier oben eine 9. Das sind also zwei Bits. Könnte sein mittlere Taste und eine Richtungstaste. Und tatsächlich, das ist eben dieser Mastercode, den der Nutzer nicht ändern kann. Das heißt, sobald ich einmal mit meinem Flash-Adapter in dem Schloss drin war, kann ich diesen Code auslesen, nehme meinen Flash-Adapter wieder raus, mache die Batterie wieder rein und habe den Backdoor zu dem Schloss. Von daher brauche ich auch keine wirkliche Backdoor in der Firmware mehr, wenn ich da den Zugriff haben möchte. Nein, der ist natürlich, die Frage war, ob der für alle gleich ist. Der ist für jedes Schloss ein eigener. Sonst wäre die ganze Sache natürlich fatal. Aber Masterlog kennt den für jedes Schloss, wobei die Dinger keine Seriennummer erkennbar haben. Das ist jetzt nicht wirklich eine Verschwörungstheorie, Government-Bactor oder sowas. Also sowas scheint es mir ungeeignet. Aber wenn ich so ein Schloss irgendwo hängen sehe, wüsste ich nicht, was ich Masterlog geben kann, damit sie mir den Code rausrücken, weil wir keine Seriennummer-Ähnliches drauf. Das ist wirklich für den Nutzer, der eben einen Zettel mit dem Schloss gekriegt hat, sich auf der Masterlog-Seite einloggt und seinen Code wieder runterladen kann. Aber dadurch, dass er eben nicht ändern kann, der Benutzer wäre das relativ unfreundlich, wenn man den ausgelesen hat. Gut. Jetzt kommen wir doch zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Billige Aktoren, schlechte, ja, schlechte Mechanik und so weiter. Da hatten wir diese Idee. Und da glaube ich, kann ich jetzt auf den anderen Laptop zurückgehen, weil das müsste eigentlich drüben auch funktionieren, außer ich habe es hier auch drauf. Ich wollte nachher den anderen Laptop-E weiterverwenden. Da wir VGA verwenden, müssen wir doch einfach weiterklappen. Bildschirmspeicher, sehr schön. Haben wir noch Bild? Bild, nein. Ja, also die Idee des Ganzen wäre gewesen, der Magnet könnte irgendwie das Schloss im Inneren drehen, weil, ja, der hat ja auch Magnete drin. Man sieht auf einem Kongress aufgenommen und nach einiger Zeit kamen wir auf diese schöne Bewegungssequenz. Man sieht, alle paar Bewegungen wird der Magnet umgedreht. Das liegt daran, dass man an irgendeinen Totpunkt kommt. Also das ist eben die Sache mit den mechanischen und den elektromechanischen Komponenten. Wir haben das damals, das haben wir, glaube ich, auf dem Kongress gezeigt, vor drei Jahren oder sowas. Wir hatten da vorher die Firma Masterlog informiert, hatten die angeschrieben. Also wir haben da was bemerkt, das ist nicht so gut. Die haben dann erst zurückgeschrieben, kann gar nicht sein, Magnete haben wir ausprobiert. Denke ich mir, gut, ja, haben sie, aber wir machen hier keinen Spaß, wir haben dann das Video geschickt, wir hatten denen erst nur eine E-Mail geschickt. Das ist natürlich nicht so beeindruckend. Wir haben dann dieses Video am Kongress aufgenommen und ihnen das geschickt. Jedenfalls, ich denke, die haben halt aufgrund der vielen existierenden Beschreibungen im Internet von wegen Schlagen, Ziehen, es gab eben dieses Winkhausschloss, auch wenn man vorne einen fetten Magneten drangehalten hat, der diesen Aktor gezogen hat, haben die sowas probiert, aber die haben nicht systematisch probiert, ihr Schloss zu überwinden. Wir hatten dafür so ein Schloss aufgesägt, ein Kindes Guckloch reingemacht, der MH aus unserer Münchner Sportgruppe hat das gemacht und dadurch konnten wir einfach beobachten, wie sich im Inneren der Motor bewegt, wenn man draußen mit dem Magneten vorbeifährt. Und dann war es eigentlich eine Sache von Minuten, bis wir diesen Move hatten, um das zu öffnen. Umso erfreulicher waren wir dann, muss ich mal gerade gucken, muss ich hier die Kickstarter-Kampagne aufmachen, als auf Kickstarter ein elektronisches Vorhängeschloss mit Bluetooth angekündigt wurde. Ich möchte schnell genug Internet haben, doch. Genau, also dieses schöne Schloss wurde hier angekündigt und die hatten auch, glaube ich, ich hoffe, die haben sie noch da. Genau, eine schöne Darstellung des Innenlebens. Ja, nicht zu früh lachen, aber man sieht relativ deutlich, das ist von der Idee her genau das gleiche Verfahren, das wir auch in diesem Schloss hier haben. Da wir nette Menschen sind, haben wir die angeschrieben und ihnen gesagt, ihr baut da etwas, das kennen wir so ähnlich schon, nur ohne Bluetooth. Habt ihr euch das mal angeschaut? Hatten sie nicht so wirklich, aber fanden das alles ganz interessant. Es hat relativ lange gedauert, sie zu überzeugen, uns doch mal so einen Prototyp rüber zu schicken. Hat dann auch nie wirklich geklappt. Ich hab sie dann auf der CeBIT, wo sie irgendwie über ein Kickstarter-Funding-irgendwas-Projekt einen Stand hatten, besucht und ihnen eins aus dem Kreuz geleiert, weil da konnten sie sich quasi nicht mehr wehren. Und nach der Messe waren sie dann bereit, einen ihrer Prototypen rauszurücken. Wir haben den angeschaut und haben es dabei tatsächlich nicht so leicht geschafft, den Motor im Inneren zu bewegen. Inzwischen wissen wir ein bisschen besser, warum. Das liegt daran, dass mehr Teile in dem Schloss magnetisch sind als in diesem Schloss hier. Da sind wir noch ein bisschen gerade am Untersuchen, ob man es nicht doch irgendwie hinkriegt. Aber der Punkt ist, dieses Schloss geht jedenfalls nicht ganz so leicht mit mal drüber ziehen und Ähnliches auf. Was wir dabei festgestellt haben, beim Spiel mit dem Prototypen insbesondere, ist, dass solche Schlösser und Magneten, das verträgt sich nicht zwingend sehr gut. Wir haben den Prototyp relativ schnell zerstört. Und das liegt einfach daran, nachdem es mit unserem Standardmagnet nicht geklappt hat, haben wir einen etwas größeren Magnet genommen. Nachdem es mit dem nicht geklappt hat, haben wir einen noch größeren Magnet genommen. Irgendwann haben wir den Magnet genommen. Ich werde die Website jetzt nicht extra aufrufen. Wir sind ja gerne in der Websurf-Veranstaltung. Wo dabei steht, ich habe keine Idee, was man mit diesem Magnet machen soll. Meine Empfehlung, kauft einen kleineren. Ich kann euch sagen, was man damit machen kann. Man kann damit Motoren im Inneren von Schlössern ummagnetisieren. Weil diese Motoren sind ja relativ kleine China-Motoren. Die haben eine Komponente mit statischen Magneten. Die haben einen Anker im Inneren. Dieser Anker ist aus Metall. Nachher ist er aus magnetischem Metall. Und dann hat der Tod Punkte. Das heißt, es gibt Positionen, in denen er nicht mehr anläuft, wenn Strom draufgegeben wird. Das haben wir quasi beim ausgebauten Zustand geprüft. Nachdem wir das Schloss nicht mehr aufkriegten. Und ja, dann ist der Motor halt kaputt. Aber das Schloss ist nicht offen. Es gab im Internet jemanden, der sich dieses Schloss, dieses Schloss ist relativ verbreitet, sage ich mal. Diese Kickstarter-Kampagne war relativ erfolgreich. Hat viel Artikel auf. Ich glaube, oben hatten sie eine tolle Wir sind stolz auf alles-Liste. Ne, hier. Also wurde relativ viel auf den üblichen Medien verbreitet. Deswegen haben auch viele Amerikaner sich damit beschäftigt. Einer davon hatte getwittert. Er hätte es mit einem Magneten aufgemacht. Er hat das dann später ein bisschen revidiert. Wir glauben inzwischen, er hat es mit einem Magneten kaputt gemacht. Es hat daraufhin nicht mehr korrekt verriegeln können, weil der Motor eben nicht immer zufällig anlief. Und dann ist es schwer zu unterscheiden, habe ich es jetzt aufgekriegt oder war es einfach noch offen. Weil er hat dann nachher, mir geht es doch nicht mehr zu und sowas. Also wir sind momentan der Meinung, so leicht geht es mit Magneten nicht. Was der Grund ist, warum man sich dann weiter damit beschäftigt hat. Ich möchte an der Stelle, ich gehe mal kurz, bevor wir tief auf dieses Schloss eingehen, noch auf andere Schlösser ein, weil das ist natürlich kein Einzelfall geblieben. Sie haben, ich glaube, als Claim haben sie the world's smartest Padlock. Der ist neu. Ursprünglich stand da the world's first Bluetooth Padlock. Das war ein bisschen blöd, nachdem ein Chinesisches dann eher auf dem Markt war als sie. Das müsste ich hier gerade auch irgendwo noch greifbar haben. Genau. Das von der Firma Evasion. Das ist das Schloss, bei dem wir leider erst wirklich verstanden haben, wie das mit dem Zerstören der Motoren durch die Magnete funktioniert. Deswegen ist das leider, im Moment habe ich nur ein einziges von, hatte ich aus Amerika mitgebracht, zum Camp. Da haben wir den Motor eben dann auch kaputt magnetisiert. Darum habe ich davon gerade kein funktionierendes da. Ich habe mich mit der App auch noch nicht näher beschäftigt. Das wäre jetzt so ein weiterer Schritt, das könnte ich wieder zusammenbauen mit einem anderen Motor, wo, wenn jemand Lust hat, man noch quasi unerforschtes Gebiet betreten könnte. Und dann kam noch ein weiteres Schloss von der Firma Masterlock. Das sieht so aus, ist von der Idee her der Nachfolger von dem hier. Hat also auch vier Richtungstasten, aber hat halt auch Bluetooth LE drin, weil man ist jetzt smart, man macht jetzt alles vernetzt. Und ja, die Firma Masterlock, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, wusste von unseren Magnetattacken, hatte damals auch irgendwann vorgeschlagen, sie bauen irgendein Schirmblech ein. Das heißt, sie wollten über den Motor noch ein weiteres Blech bauen. Das haben sie hier jetzt gemacht. Ergebnisse davon nach dem Recording. Wie gut das funktioniert. Genau, jedenfalls, im Moment betrachte ich diese beiden Schlösser hier, das NOG und das Masterlock und habe die dann eben ein bisschen auf weiteren Ebenen außer der magnetischen angeschaut, weil eigentlich wollte ich ja Smartlocks hacken und nicht Mechatronik überwinden. Die beiden Schlösser haben verschiedene Mikrocontroller drin. Die Masterlock sind geblieben. Ich glaube, ich sollte meinen Schirm hier einfach mal doch entscheren, sonst drehe ich mir immer den Kopf hier krumm. Klappt das? Relativ gut, dass mein Browser jetzt sonst wo ist, oder? Genau, da. Wir können mit dem NOG anfangen. Ich muss mich irgendwie, dass wir hier kleiner sind. Ich muss die Auflesung auch noch gleich schalten, damit das funktioniert. Was hat denn dieser Beamer hier? Wisst ihr das? Full HD? Sehr gut. Jetzt sehe ich ja auch nichts mehr gut. Also wir haben das NOG zerlegt. Das sieht dann so aus. Man sieht eben hier wieder den Aktor. Das ist also ein drehbares Element. Was die NOG-Leute gemacht haben, was ich nicht für geschickt halte, ist, man sieht hier, der Bügel hat hier keine Einkerbung. Das heißt, der verriegelt nur einseitig. Das ist einfach gegen sehr brutale Gewalt instabil. Ich nehme an, mit einfach sehr viel Kraft könnte man es aufbiegen, was auf der einen Seite aber nicht verriegelt. Das macht heutzutage kein ernsthimmtes Vorhängeschloss mehr. Die verriegeln alle auf beiden Seiten. Gut, die verriegeln auf einer Seite mit dieser Kugel hier. Diese Kugel kann in einem Mulde diesem Aktor laufen, wenn er richtig gedreht ist. Hier wäre der Motor, der sich gerade an der Platine befindet. Ansonsten ist es von der Idee her, sage ich mal, wirklich ziemlich genau das Gleiche, was das Masterlock hatte, nur eben reduziert auf eine Seite. Jetzt haben wir reingeschaut. Das hat ein NRF 1822 von der Firma Nordic. Das ist ein ARM-Mikrocontroller mit eingebautem Bluetooth-Komponenten. Ansonsten ist der Platine nicht viel drauf. Man kann das hier eigentlich schon erkennen. Das ist eine H-Brücke aus vier Transistoren. Ich weiß nicht, sagt jemand mit dem Begriff H-Brücke nichts? Fies gefragt. Aber das ist eine Möglichkeit, wenn man mit zwei Output-Pins eine Polarität in die eine oder die andere Richtung schalten kann. Das wird benutzt, einfach um den Motor in die eine oder die andere Richtung zu drehen, je nachdem, wie rum ich es mit dem Mikrocontroller ansteuere. Und dann ist, glaube ich, nur noch hier eine LED drauf. Das ist eine RGB-LED. Die geht hier über Dings kann ich sogar erkennen, welche Pins. Das ist ein Schaltplan, kann man sich eigentlich aus diesem Foto schon rekonstruieren. Und dann gibt es noch eine Taste, die, glaube ich, sieht man auf einem, hier sieht man die, den Endanschlag. Das ist, damit kann man erkennen, ob der Bügel reingedrückt wird, weil die haben auch eine Funktion eingebaut. Und da sind wir bei der ersten Softwareanalyse, sag ich mal. Man kann über Button, über Bügel drücken, einen Code eingeben. Das heißt, wenn man das Handy verschmissen hat, die App tot ist, der Strom weg, wie auch immer, hier noch die Möglichkeit, sich einen Klick-Code einzuspeichern über lange und kurze Codes. Haben sie sogar einigermaßen clever gelöst. Wir haben bei uns im Hackerspace auch lange und kurze Codes. Das ist mal die Frage, lange und kurze Codes, was ist lang, was ist kurz? Hier ist eine LED drauf. Und immer wenn ich einen langen Code eingebe, wird die weiß. Und wenn ich einen kurzen Code eingebe, bleibt sie blau. Das heißt, da kann ich also erkennen, was ich eingegeben habe. Das ist schon daher schon mal nicht schlecht. Was ein bisschen schlecht ist, und das ist jetzt der erste Punkt, wo ich jetzt, sag ich mal, das kann ich noch unresponsible disclosure, das dürfen wir gerne noch aufnehmen, weil es kein so großer Angriffsvektor ist. Aber ungeschickt gelöst ist, dass die keinen Start an der Sequenz haben. Das heißt, meine Sequenz muss irgendwo in der eingegebenen Folge vorkommen, aber ich muss nicht am Anfang irgendwas drücken. Das heißt, ich kann mir eine Sequenz bauen, da gibt es von Herrn De Bruins eine Beschreibung, einem holländischen Mathematiker, in der alle möglichen Kombinationen in bestimmten Längen vorkommen, die aber viel kürzer ist, als würde ich die alle hintereinander eingeben. Das ist jetzt aus zwei Gründen nicht so schlimm. Ich habe erst gedacht, oh mein Gott, wie doof sind die? Zum einen erzwingen sie einen Code der Länge 8. Das heißt, das ist schon ein sehr langer Code. Die De Bruins-Sequenz, die kürzest mögliche dafür war, nee, müsste ich jetzt lügen, aber irgendwas ein paar, es ist schon über tausend deutlich. Ein paar tausend, denke ich, Länge war das, wo alle drin vorkommen. Das ist viel, viel weniger als alle achtstelligen nacheinander, aber immer noch sehr, sehr viel. Und zweitens, wenn die App, glaube ich, den Code ermittelt für einen, was die übliche Variante ist, die die meisten machen werden, ist der zwölf oder länger. Eine Frage kommt da. Wie stark weg, die weiß ich gar nicht. Weiß das hier jemand? Sack. Aber irgendwas wahrscheinlich, sowas wie, weiß ich nicht, logarithmisch oder Wurzel oder sowas, also nicht sehr, also das wird nicht so viel länger, also wenn, normalerweise verdoppel ich ja sonst mit jeder Stelle meine Anzahl, wo tue ich das? Oder noch mehr? Na, auf jeden Fall, es ist nicht so viel Menge, aber ich würde sagen, bei jeder, doch, man könnte sagen, sie verdoppelt sich in ihrer Länge ungefähr, so war das, glaube ich, sie verdoppelt sich in ihrer Länge ungefähr mit jeder Stelle mehr, was immer noch viel weniger ist, als wenn ich alle Möglichkeiten an einer Stelle mehr habe. Weil ich ja denke, sonst, naja, egal, es bleibt lang, aber nicht mehr so lang. Aber das Bessere, warum es eben nicht so schlimm ist, ist, dass sie doch ein Timeout drin haben. Also nach, ich hab's jetzt nicht nachgezählt, aber sowas 100 oder 200 Klicks kommt eine Minute Todzeit. Wo es dann wartet, muss man von vorne anfangen. Also es ist doch ein sehr langwieriger Prozess. Man könnte das auf Dauer machen, wenn man quasi immer wieder Zugang zu einem Schloss in der Highschool hat oder sowas, aber das ist bei jedem Kombinationsschloss letztendlich so. Und wer davor Angst hat, muss den Code einfach lange genug wählen, dann ist er dagegen, weil das ist der Vorteil gegenüber einem Kombinationsschloss, wo ich jetzt vier Rädchen hab, hier kann ich dann eben 15 oder 16 oder sowas als Länge machen und dann wird das doch also sehr unrealistisch. Von daher ist dieser Angriff aus meiner Sicht irrelevant. Wir haben's dem Hersteller trotzdem noch nicht geschrieben, wollten wir dann zusammen mit ein paar anderen Findings machen, dass es geschickt wäre, dort einen Anfang zu definieren. Dass ich am Anfang einmal ganz lange drücke oder irgend sowas. Dass einfach klar ist, das ist jetzt der Code und das würde auch ein Durchprobieren nochmal deutlich erschweren, während es die Notöffnung nicht wirklich verlangsamt. Also es wäre für mich als Nutzer okay, wenn ich einmal lange drücken muss, dann meinen Code eingeben. Dann weiß ich auch, dass ich angefangen hab. Aber genau. Aber dafür ist der Taster da, sonst für nix. Wenn man eigene Software entwickelt, könnte man natürlich mit irgendwelchen Sachen machen. Ja, hier nochmal das Layout, wenn man vielleicht mal die Pins nachvollziehen möchte. Genau. Also das ist das Noke. Ebenfalls zerlegt haben wir das Masterlock. Wer knackst hier? Die Katze? Schlägt die wogegen oder macht die das elektrisch? Über Funkstrahlung. Also hier sieht man, das sieht, wie man es erwarten würde, aus. Hat hier vier Buttons für die vier Tasten. Anders als das alte Masterlock hat es keine Mitteltaste. Euch die Katze mal töten. Was man hier sieht, das sind zwei Prozessoren. Während der Nordic NRF ein Prozessor ist, der einen ARM-Core hat und einen Bluetooth-Funkchip gleich mit drin, ist hier ein MSP430-Prozessor drauf. Nicht der gleiche wie im alten, sondern ein wesentlich neuerer mit einem F-RAM. Und daneben ist ebenfalls von Texas Instruments ein Bluetooth-LE-Chip. Die beiden Chips habe ich mir noch nicht näher angeschaut. Ich gehe aber davon aus, dass ich mit den Devil-Kits, mit denen ich auch das andere auslesen kann, an diesen Chip drankomme. Das wäre auch was, was ich auf dem Laufe dieser Easter-Hack, wenn sich jemand dafür interessiert, wenn jemand Lust hat, mit MSP430 zu spielen, mal ausprobieren würde. Ob ich hier die Firmware dampen kann und wenn ja, was da so drin steht. Ich weiß nicht, wie ich es einschätzen soll. Wir haben Masterlog, denke ich, damals gesagt, dass wir die Firmware dampen konnten. Nee, wir haben es im Vortrag veröffentlicht in New York. Sie könnten es mitbekommen haben. Ich weiß auch nicht, ob ich das im Normalfall als Sicherheitslücke bezeichnen würde, weil die Sicherheitslücke hier war eigentlich, dass ich über den Batterieschach an die Flash-Kontakte komme. Dass ich die Firmware dampen kann, finde ich als Besitzer einer Hardware eigentlich gut. Das ist der Grund, warum wir es Ihnen jetzt nicht explizit geschrieben haben. Weil das ist ja nicht die Schwäche, sondern die Schwäche ist, dass ich in die Kontakte komme. Das ist hier nicht mehr so der Fall. Zumindest haben wir es hier noch nicht so leicht geschafft, die Schublade rauszureißen und die Flash-Kontakte. Ich muss gerade auf die andere Seite gucken. Ich habe es selber nicht. Also hier ist immer die Mechanik, die ist, würde ich sagen, quasi völlig identisch zu dem alten Schloss. Nur, dass eben hier jetzt dieses Abschirmblech ist, was die magnetische Beeinflussung unterbindet. ein bisschen. Genau, hier sind Federn drin, der Aktor, die Sachen kommen in die Mitte, so schaut das aus. Darauf, dass ich die Platine von der Rückseite noch habe, habe ich aber nicht, müssen wir noch eines zerlegen nochmal. Genau, aber jedenfalls, das ist hier noch nicht so wirklich weiter in dem Bereich analysiert. Beim Nook, denke ich, kann ich auch schon sagen, weil das im Prinzip für den Hersteller nicht schlecht ist. Wir haben versucht, die Firmware zu dampen. Sie ist hier leider lesegeschützt. Das heißt, wir können die Firmware aus dem Nook momentan nicht extrahieren, wobei eben die Analyse bei dem anderen Schloss da auch nicht viel gebracht hat. Deswegen ist die Frage, wie macht man dann weiter? Na, da gibt es verschiedene Varianten. Ich habe mich entschieden, ich hatte eigentlich vorgehabt, die Kommunikation, ich habe vorgehabt, ich habe auch gemacht, die Kommunikation zwischen der App und dem Schloss, nein, zwischen der App und den Servern von Nook mal zu belauschen. Die ist halt SSL verschlüsselt, das heißt, mit einfach TCP-Dump auf dem WLAN funktioniert das nicht. Als erstes habe ich dafür die App mal dekompiliert, das ist, was man mit jeder solchen App relativ gut machen kann auf Android, das sind halt irgendwie so eine Java-Technologie verwandte Sache und da gibt es Dekompiler für, JATX ist da zum Beispiel einer, ehe ich den jetzt alle installiert, das gibt es auch als DAS, Dekompilation as a Service im Web. Und ich glaube, das war sogar relativ intuitiv zu finden, kann ich mal probieren, wenn ich hier einfach irgendwo, das war, ich glaube, JATX, nicht Google, warum gehe ich Google ein, JATX, genau, ich denke, die Seite hier hatte ich ausprobiert, das funktioniert relativ gut, fragt mich nicht, warum ich hier T-Shirt-Werbung bekomme, der Profil ist neu, aber gut, also da lädt man so ein APK hoch, das bekommt man mit einem ADB-Shell von seinem Handy runtergeladen, muss das nicht mehr geroutet für sein, und dann hat man eine Art Java-Source natürlich nicht besonders lesbar, allerdings überraschend gut lesbar, also im Vergleich zu dem, was man aus einer dekompilierten Firmware rausbekommt, sehr, sehr gut lesbar. Darin hatte ich also gesehen, er kommuniziert die ganze Zeit mit so einer App-Spot, das ist glaube ich ein Google-basierter Dienst, Node Cloud, also da wird die ganze Zeit hin und her geschickt, meine erste Idee war also aufgrund eines alten Blog-Eintrags von Sec, darf ich doch mir zeigen, Sec, oder? Werbung für deinen Blog, und das Sec-Blog mal, hat das Sec mal beschrieben wie eine App in ein anderes Binärformat dekompiliert, also nur Byte-Code dekompiliert, dadurch kann man es wieder gut rekompilieren, also so ein Java-Code wieder zu einer Applikation zusammenbauen ist relativ umständlich, wenn man es nur in Byte-Code zerlegt, dann kann man den ändern und wieder zu einem Applikation zusammenbauen. Und das hat das Sec mal mit einer Applikation gemacht, also mein Plan wäre gewesen, das mal zu machen und einfach die URL zu verändern, mit der das spricht, auf HTTP. war ich aber dann zu faul zu, weil ich fand eine andere Lösung, nämlich den MITEM-Proxy, das ist ein Python-Tool, das macht einen Proxy auf, erstellt sich eine Route-CA und tut dann alle Requests, die dadurch durchlaufen und verschlüsselt sind, gucken, was bietet mir der Server für ein Zertifikat, erzeugt ein Fake-Zertifikat für diesen Server, signiert es mit seiner Route-CA und liefert das an den Client aus. Das heißt, man muss auf dem Client nur diese Route-CA von diesem Manager-Mittel-Proxy installieren und das Schöne ist, unter Android funktioniert das dann, die Applikationen benutzen den auch. Also ich habe das gemacht, habe meinem Handy gesagt, ja, das ist eine neue Route-CA, der kannst du trauen und habe das durch den Proxy geleitet und dann sieht man sehr schön die ganzen Requests, die zwischen der Node-App und der Node-Cloud hin und her laufen und kann da eben sehen, der lockt sich ein, der kriegt Sachen zurück und kann das belauschen und da ein bisschen gucken, was läuft. Andere Ansätze, die man noch hätte, wäre natürlich die Bluetooth-Schnittstelle anzugreifen. Bluetooth LE, also Leute würden sagen, Bluetooth-Funk, das gilt als mittelmäßig sicher, wenn das Pairing gut läuft und sowas ist heute eigentlich, denke ich, der Stand, es ist sniffbar, aber wirkt crackbar in der Regel, nur wenn es mit schlechter Pin gepairt wurde. Bei Bluetooth LE ist das alles ähnlich und komplett anders. Es gibt so ein paar Vorträge zum Thema Bluetooth LE-Sniffing, die weisen darauf hin, dass das Pairing in der Regel sehr schwach ist. Viele Devices unterstützen gar kein Krypto auf Bluetooth LE. Bei diesen Mikrocontrollern könnte es in Software implementiert sein. Weiß ich nicht, hab ich noch nicht ausprobiert, weil ich hab leider keinen passenden Bluetooth LE-Sniffer bei uns im Club gefunden. Was ich gefunden habe, ist, dass es gibt von Adafruit einen, hab ich leider auch nicht gefunden, aber der basiert auf einem Nordic Bluetooth-Sniffer und der wiederum basiert auf dem NRF 51822-Chip, den wir im NOG haben. Das heißt, man könnte versuchen, aus einem NOG einen Bluetooth-Sniffer zu bauen. Da das aber relativ umständlich ist, so ein NOG zu zerlegen, hab ich mir auch einfach noch ein paar NRF 51822-Devboards besorgt. Das heißt, ich hab hier einfach solche Nordic-Chips auf einem Breakout-Board, wo man direkt mit einem Flasher kontaktieren und programmieren kann. Wäre also eine der weiteren Dinge, die, wenn jemand Interesse hätte, ansonsten mach ich's mal alleine, aber wo man im Bereich mal weiter experimentieren könnte, aus so einem Nordic-Chip einen Bluetooth-LE-Sniffer zu machen. Die Überlegung da wäre eben zu gucken, verschlüsseln die überhaupt die Kommunikation? Und wenn sie's machen, was übertragen sie da, wenn sie's nicht machen, was übertragen sie und so weiter. Genau. Und jetzt, glaube ich, bin ich an dem Punkt, wo ich die Aufzeichnung gerne abschalten würde.